Renten sollen gekürzt werden, wenn es nach der Wirtschaftsweisen Veronika Krimm geht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte gestern am 21.11.2022 ein Video veröffentlicht zum Thema, ob denn nunmehr die Rentenleistungen für den Monat Dezember 2023 wegen dem Verfassungsgerichtsurteil eingestellt werden. Und jetzt, heute am 22.11.2023, geht es schon mal richtig los mit der sogenannten Kürzungsorgie in den Sozialleistungen. Jetzt sagt auf einmal die Wirtschaftsweise Veronika Krimm, dass doch auch Renten gekürzt werden sollten. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Hier haben Sie das Gesicht dieser Dame, eine Professorin wahrscheinlich. Und die sagt der Funke Mediengruppe, ich mache das mal ein bisschen größer, dass hier wegen der Haushaltssperre auch Kürzungen bei der Rente möglich sein sollen. Prinzipiell sind Einsparungen auch bei Renten möglich, sagt Krimm der Zeitung der Funke Mediengruppe. Vom Mittwoch zum Beispiel die Rente ab 63 oder die Mütterrente könnte man zur Disposition stellen. Auch bei Anpassung von Bestandsrenten könnte man weniger Aufwüchse vorsehen. Gleichzeitig warnt Krimm vor Schnellschüssen, Sparpotenzial gibt es auch bei Subventionen für Unternehmen und so weiter. Meine Damen und Herren, ich halte das wirklich für eine gelinde gesagt, diese Forderung für eine absolute Freche. Ich habe ja kein Problem damit, dass man sich darüber mal unterhält, wo man im Bundeshaushalt Geld sparen kann. Aber doch bitte nicht bei Sozialleistungen und Renten. Fangen wir doch erst mal bei Frau Krimm selber an, die möglicherweise eine Pensionszahlung als verbeamtete Professorin bekommt. Warum sagt sie nicht, dass man dort mal anfangen sollte und dort mal Geld sparen sollte? Warum sagt Frau Krimm das nicht? Warum sagt Frau Krimm, dass man Rentenleistungen kürzen sollte? Zum Beispiel die Mütterrente oder aber auch hier die Rente mit 63 de facto abschaffen will. Was ist das für ein Blödsinn, meine Damen und Herren? Das macht doch in Deutschland niemand mit. Dann würden doch die Leute wirklich auf die Parigaden gehen und würden sagen, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt wählen wir alle nur noch AfD. Das wollen wir doch alles. So, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur Folgendes sagen, Frau Krimm, Ihnen auch persönlich, hören Sie mit diesem Unfug auf, hier den Leuten zu suggerieren, dass die Einsparungen der Rente, wie Sie sie vorschlagen, denn wirklich auch den Bundeshaushalt entlasten werden. Fangen Sie doch einfach bei sich selber an, bei Ihren eigenen Beamtenpensionen und sparen Sie dort einfach mal monatlich 1000 Euro. Wenn Sie mit guten Schritten vorangehen, dann hätte ich kein Problem damit, dass wir uns auch mal über das Thema gesetzliche Rente unterhalten. Denn ich finde es schon gelinde gesagt eine Frechheit, dass die Müttern, die ihre Kinder geboren und erzogen haben, auch noch die Mütterrente wegnehmen wollen. Was ist das eigentlich für eine Frechheit? Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine Frechheit.